Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing der Shapebox für dich. Ja, die ist ein bisschen spät eingetroffen, denn da gab es wohl einen Fehler mit DHL, aber ich habe sie jetzt hier und ich möchte sie mit dir zusammen öffnen. Also wenn du auch Bock drauf hast zu erfahren, was drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Auch die Shapebox ist eine Abo-Box. Die Box, die enthält sowohl sportlich angehauchte Produkte als auch so Beauty-Produkte, Wellness-Produkte, Lifestyle-Produkte und lohnt sich immer wieder da mal reinzuschauen, denn ich hatte damals anfangs nicht gedacht, dass mir diese Box so gut gefällt. Ich dachte immer, oh, ich bin echt ein Sportmuffel, ne, das ist nichts für mich. Fehler. Richtig, richtig geile Box. Ja, ne, die hat garantiert auch wieder einen total überraschenden Inhalt für mich und ja, ich bin gespannt. Ich möchte einfach mal reinschauen und du kannst in diesem Video tatsächlich auch eine Box gewinnen, denn dieses Video entsteht wie immer in Kooperation mit Boxpalast.de und die stellen da halt auch den Gewinn zur Verfügung, was total super ist. Also alles, was du dafür tun musst, ist ja ganz einfach, Abonnent meines Kanals zu sein. Das kannst du hier unten gerne nachholen, wenn du es noch nicht bist und mir ein Like zu geben, mir einen Kommentar zu hinterlassen. Einfach alles, was unten in der Infobox drin steht, schau gerne mal rein. Ja, ne, wir machen mal auf. Die Shapebox kommt alle zwei Monate, das ist nämlich eigentlich die Augustbox. Und ich habe die liebe Maria angefangen und gefragt, Mensch, Maria, wo ist denn meine Shapebox? Und sie sagte, oh, du hast sie noch gar nicht gekriegt, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann haben wir nachgeforscht und ja, es gab einen Fehler mit DHL, aber jetzt ist sie hier. Die Shapebox ist auch wirklich riesig immer. Also, sie ist groß und schwer. Also sie ist wirklich eine der größten Beautyboxen, die hier bei mir ankommen. Motivation und Inspiration steht hier drauf als Sticker. Und ich nehme sie mal eben kurz aus dem Karton raus. Das ist der erste Workout, die Entfernung des Kartons. So, uff. Zweiter Workout, die Box in die Kamera halten. So sieht sie aus. Und sie ist echt groß, ne? Also, ihr seht es ja sonst immer im Vergleich zu Pinkbox und so weiter. Die ist riesig. Und ja, was haben wir hier? Gutschein von Glück. Klug abnehmen. Na, nee, 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 nee. Nicht abnehmen, Leute. Ja, ne? So, wir machen sie auf. Ich bin immer sehr gespannt, was da drin ist. Weil die Shapebox ist echt immer eine sehr, sehr große Überraschung für mich, weil sie mich doch meistens positiv überrascht. Es kommt ein leicht kräuteriger Geruch raus. Ja, die ist übrigens mit einem grünen, motivierenden Seidenpapier. Und wir öffnen den Klebe. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Und das Heftchen, uff, wo drin steht, was drin ist. Ich habe hier rumgesaut. Na, gut. Genau, hier stehen die Preise tatsächlich auch mit drin. Das finde ich sehr gut. Da steht jetzt sehr, sehr viel und vor allem ganz viel Spoiler. Das lese ich dir gar nicht erst vor. Und Motivation und Inspiration ist das Motto der Box. Und das kann ich sehr, sehr gut gebrauchen, denn wir sind oben am Renovieren. Das ist ja quasi mein kleiner, aber feiner Workout, den ich dann immer mal wieder habe. Ja, ne? Also so Eiweißdrinks oder Proteindrinks würde ich jetzt tatsächlich auch zu mir nehmen, weil das ist so anstrengend. Aber gut. Wir haben hier das erste Produkt. Das ist von Semikolon, ein Notizbuch. Das finde ich super. Nicht nur, weil es rosa ist. Die Marke Semikolon ist mir auch schon mal über den Weg gelaufen. Ich glaube, in der Luxurybox. Da gab es den Leo Porello, also dieses Fotoaufstell-Dings zum Auseinanderfalten. Und das hier ist dann ein Notizbuch. Notizbücher brauche ich ständig. Ich muss mir immer Notizen machen, weil ich bin super vergesslich. Und wenn ich mir nichts aufschreibe, dann vergesse ich das halt. Das ist logisch, ne? Ja. So sieht es aus. Das sieht echt schön aus. Sehr hochwertig. Die Blätter sind liniert da drin. Also man kann es theoretisch auch als Tagebuch verwenden. Du hast hier auch ein Wändchen, womit du dann quasi die Seite festlegen kannst, wo du gerade bist. Und das liebe ich. Den Duft von Papier und Druckerschwärze. Druckerschwärze riechst du hier nicht so sehr, sondern Papier. Könnte ich den ganzen Tag machen. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Rosa ist sowieso auch immer sehr praktisch. Witzig. You Better Work von Essence. Der Gym Proof Primer. Den habe ich bereits. Das heißt, der wird demnächst mal verlost werden. Den finde ich super. Leute, der ist richtig geil. Wirklich geil. Also der hindert wirklich mein Gesicht davor zu schwitzen. Oder halt, dass mein Make-up rutscht aufgrund von Schwitzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Party gehen würde oder auf eine Hochzeit oder auf irgendwas, wo ich halt einen Primer brauche, der auch mal Extremsituationen überlebt, sagen wir es mal so, auch mal einen Headbang überlebt, dann sowas. Definitiv. Und ja, kann ich dir auch nur sehr empfehlen. Aber ich habe ihn bereits da. Der kommt in eben so einer Farbe tatsächlich auch raus. Also das ist so ein Blau, so ein Mint Blau. Mint Blau gibt es das? Hellblau mit Grün quasi, ne? Ja, machst du dir drauf. Und ich finde den klasse. Der hält nicht nur das Make-up an sich fest, sondern hält es auch lange an Ort und Stelle. Mega geil. Ja, mal wieder eine Zahnpasta von Dental Delight. Da muss ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Die wird weiter wandern, weil ich habe mittlerweile so viele Backups. Also das ist nicht mehr feierlich. Da muss ich auch keine mehr hier haben. Das ist jetzt die Zahncreme mit Aktivkohle und Minz Lakritz Geschmack. Das wäre ja sowieso schon mal nicht so wirklich was für mich. Ähm, nee. Das muss nicht sein. Äh, ja. Ne? Kommt mal demnächst in eine Verlosung. Ah, eine Gesichtsmaske. Oh, guck mal. Von Montagne Jeunesse. Eine Tuchmaske mit Teebaumöl. Pochentief reinigend. Sehr geil. Ich habe bald meine Erdbeerwoche. Da kann ich die extrem gut brauchen. Und wenn die wirklich so geil aussieht wie bei der Lady auf dem Gesicht, dann feiere ich das ja unfassbar. Richtig geil. Und die musst du nur 5 bis 10 Minuten drauf lassen. Habe ich gerade hinten auch gelesen. Und ja, geil. Mit Teebaumöl und grüner Minze. Echt cool. Das gefällt mir. Das finde ich klasse. Schön. Ja. Weil so langsam kündigen sich die ein oder andere Unreinheit hier in meinem Gesicht an. Also nächste Woche ist dann wahrscheinlich soweit, ne? Da ich meine Pille ja nicht mehr nehme, bin ich nicht mehr drauf vorbereitet. Das kommt dann ja auf einmal, ne? Muss ich noch einspielen, ja. Aber ich freue mich drauf. Wird verwendet. Noch eine Maske von Seven's Heaven. Auch Montagne Jeunesse. Peel-off und Tonerde. Totes Meer. Ach, du ahnst es nicht. Tiefe Porenreinigung. Als ob die wüssten, was demnächst hier bei mir kommt, ne? Ja, richtig cool. Auch die wird natürlich verwendet. Ähm, wir sammeln Tonerde und mischen Salze und Seegras für tiefenwirksame Pflege. Jo, ne? Wird auf Instagram auf jeden Fall geteilt. Da wirst du es dann in meiner Story sehen. Ja. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann mach das mal. Ich heiße AIDUALGP. Das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ich hab mich so später angemeldet. Da waren schon alle Instagram-Namen weg. Ich sag dir das. Was ist das? Deswegen ist es so schwer. Princess and the P. Ein Erbsendrink von Natur aus laktosefrei und glutenfrei. Original ungesüßt mit Pflanz... Mit viel pflanzlichem Protein... Was? Ich hab's eben gesagt, ne? So ein Proteindrink. Das wär jetzt mal was. Ja komm. Das können wir uns da holen. Ich hab jetzt hier kein Glas, weil ich war jetzt nicht drauf vorbereitet, dass ich hier einen Liter Erbsendrink stehen habe. Äh, Wahnsinn. Vor dem Öffnen gut schütteln. Okay. Okay, es ist einfach... Weiß. Ich weiß nicht, sieht man das oder kippe ich das jetzt raus? Da muss ich ganz vorsichtig sein, ne? Ähm, weiß mit... Weiß. Mit Luftblasen drin. Riecht nach... Nicht viel, aber ganz, ganz leicht nach Erbse. Prost. Mh. Schmeckt ein bisschen muffig, ne? Oh, ja. Oh, ja. Was man... Was man nicht alle macht. Please take care of your planet. Ja. Wenn ich damit auf den Planeten achte, dann ist ja alles gut, ne? Zucker frei, hoher pflanzlicher Proteingehalt, reich an Calcium mit Rapsöl, ohne Gentechnik, Protein-Rohstoff aus EU-Landwirtschaft. Ja, läuft. Aber das wird auf jeden Fall getrunken, auch wenn es eher muffig schmeckt. Hier ist so eine riesen Oschi von Ling. Green Butter. Ultra Rich Body Cream. Love your body, cream your body. Guck mal, wie riesig das ist. Das ist ja unfassbar groß. Schmeckt Shea Butter, Aloe Vera und Vitamin E. Oh, hier steht es auf Deutsch. Das ist schon mal sehr freundlich. Die Green Butter Körper Creme ist die ultimative Pflege für normale, trockene und sensible Haut. Warum das so ist? Wir haben nur das Beste reingepackt. Shea Butter und Monoi Öl für eine intensive Pflege und Schutz vor dem Austrocknen. Aloe Vera und pflanzliches Glycerin für mehr Hautfeuchtigkeit. Vitamin E für mehr Schutz, Verschädigungen wie UV-Strahlung und Umweltschadstoffen. Täglich besonders nach dem Duschen oder Baden auch die Haut auftragen und sanft einmassieren. Und für das Gesicht die Green Butter Gesichtscreme. Okay, also das ist wirklich nur für den Körper. Das hat übrigens so kräuterig gerochen. Ich habe die Marke, glaube ich, irgendwo auch schon mal gesehen. Das ist Plastik, aber hartes Plastik irgendwie. So grün ist es dann nicht, ne? Mit dem Metalldeckel, okay. Dann hier auch eine Folie drüber. Ich will es halt austesten, ne? Ich nehme mal das, was hier oben auf dem Metalldeckel hier drauf ist. Ja, das riecht sehr kräuterig, ne? Ich mache das mal hier unten hin, weil eben habe ich ein anderes Video gedreht. Da habe ich hier oben Öl benutzt. Ja, aber es riecht angenehm kräuterig. Das muss ich wirklich sagen. Das ist nichts, wovon ich jetzt irgendwie niesen müsste oder so. Das ist ganz, ganz schön. Und das fühlt sich wirklich toll an. Also bei Aloe Vera muss ich übrigens immer, immer an die liebe Vanessa von Mrs. Rosaroth, von dem Kanal Mrs. Rosaroth denken. Weil irgendwie bringe ich die ganz arg in Verbindung mit Aloe Vera. Keine Ahnung warum, Vanessa. Es tut mir leid. Oh, richtig gut. Doch. Also dieses kräuterische Natur. Ja, und das fühlt sich echt weich jetzt an, ne? Ganz, ganz toll. Ja, cool. Äh, ja. Ne? Wird seine Anwendung finden. Coole Sache. Und die Box ist bei weitem noch nicht leer. So, jetzt haben wir erstmal was zu trinken. Das finde ich gut. Der kleine Sattmacher, auch das finde ich gut. Ich habe, immer wenn ich so viel dann oben am Machen bin, ich habe so Hunger. Vegan, glutenfrei, ohne Konservierungsstoffe, Sättigung, ohne Zuckerzusatz. Ja, das kenne ich aber auch, ne? Freya Snacking Drink. Und das ist mit Rosenblüte und Weichselkirsche und Basilikumsamen. Okay, das, die Geschmacksrichtung kannte ich jetzt so noch nicht. Du hast hier unten drin halt diese Basilikumsamen. Da muss man das einmal ordentlich schütteln und dann kann man sich das gönnen. Also nicht nur für nur sportliche Menschen gemacht, ne? Das muss man ja auch mal so sagen. Das riecht ein bisschen nach Rose und nach Kirsche. Prost! Man muss es mögen, diese Samen im Mund zu haben. Aber ich mag ja auch gerne Kiasamen, von daher lecker. War lecker. Lass mich weiter wandern. Ne? Wie gesagt, ich bin halt echt kein Sportmensch. Aber hier ist ein Springseil mit Messer drin. Also mit einem Messer. Der misst, wie oft du halt springst. Das ist total großartig. Das ist mega, ultra, toll und für Sportmenschen bestimmt das Nonplusultra überhaupt. Für mich nicht. Ja, ne? Ist ganz cool. Dann kannst du hier den zurücksetzen. Dann kannst du wieder springen. Und so weiter und so fort. Ne, der misst die Umdrehung. Ja, schade. Den kannst du nicht austricksen, ne? Ja, ich bin auch, ich gehöre wirklich zu den Menschen. Ich liste sogar meinen Schrittzähler beim Handy aus, indem ich mein Handy schüttel, wenn ich denke, oh ne, heute hast du zu wenig Schritte gemacht. Dann schüttel ich mein Handy. Oh ja, das passt schon. Also so faul bin ich wirklich. Ja. Ne? Ja. Schön. Das Seil da drin oder in der Mitte ist so Kupferfarben. Das ist ganz schön. Und hier hast du dann wirklich so Einkerbungen für die Finger, dass du es besser halten kannst. Das ist schön Schaumstoff, aber nicht zu weich. Das ist trotzdem halt sehr, sehr fest. Das ist sehr angenehm, denke ich mal. Wird weiter wandern. Super. 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 Essence. Your Better Work Gym Proof Fixing Powder. Ja, das wollte ich mir schon mal holen. Habe es aber nicht getan. Und jetzt habe ich es da. Ich glaube, die LE ist... Ne, das ist gar keine LE, ne? Das ist eine Sondergeschichte von Essence. Ne, die kannst du wohl noch kaufen. Okay. Ich mache das mal auf. Oh, mega geil. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal weiter verschenkt. Und hier hast du noch so ein Schwämmchen mit drin, was ich so nicht brauche. Leider keinen Spiegel. Sonst hat Essence immer einen Spiegel. Halt ein ganz normales, ne? So ein weißes Puder, was halt auf der Haut transparent wird. Also mega geil. Oh, super. Dekorative Kosmetik. Hallo. Claudia freut sich. Noch mehr. Ach, du ahnst es nicht. Die ganze Reihe ist hier, glaube ich, gefüllt drin, ne? You Better Work Camouflage Concealer Palette. Das sind halt so Creme Concealer. Und da muss ich mal gucken, ob ich die vielleicht mal teste. Ich hatte die das ein oder andere Mal in der Hand, aber ich habe sie mir nie gekauft. Und ja, ich bin halt immer so, dass ich denke, ja, wenn ich solche Concealer habe, sind die mir wahrscheinlich zu deckend. Und das möchte ich dann nicht, weil ich möchte ja irgendwie doch irgendwie einen natürlichen Look haben. Aber ganz ehrlich, wenn das in der Shapebox mit drin ist, dann sind die garantiert auch irgendwie nicht so ultra fett. Ich teste das mal aus, weil die doch eher so auf natürliche... Du kannst so... Ich unterbreche mich selber, ne? Weil die doch eher so auf natürliches... Natürliche Schönheit setzen. So, darauf wollte ich hinaus. Du kannst sogar hier mit diesem dunklen Ton konturieren. Da kannst du dir eine Cream-Kontur machen. Das ist halt auch irgendwie interessant. Dann hast du dann noch Color-Correcting-Farben drin, dieses Grün, dann auch noch Gelb-Töne. Ja, schon. Doch, ne? Wird getestet. Oh ja, was zu essen. Genüssli Schoko von Amapur. Das haben wir da drin. Ich denke, das ist ja auch so eine Art gesundes Schokoladenriegelgedöns ist. Riegel mit Karobpulver. Mit Süßungsmitteln. Keine Ahnung, was Karobpulver ist. Aber ich mach's mal auf und probier's. Die Kündestli drauf, dann muss das wohl lecker sein. Ja, es sieht echt original aus wie so ein Proteinriegel, ne? Riecht nach sehr dunkler Schokolade. Bin eher so ein Fan von ganz heller. Oh, hart. Ja. Kann man machen. Das vorletzte Produkt ist von Ortim. Ein Terrazyn-Gel. Pflege und Erholung strapazierter Muskeln und Gelenke. Das kann man nehmen, wenn man im Garten war. Das kannst du auch nehmen, wenn du einen Workout gemacht hast. Das kannst du machen, nachdem du oben renoviert hast. Ja, das heißt, es ist cool. Das können wir benutzen. Wenn's aufgehen würde. Ja, so sieht das dann ausgepackt aus. Das ist so ein Pumpspender, sag ich mal, ne? Sieht auch so ein bisschen aus wie diese R2-D2-Spender. Wobei, nö, der sieht noch ein bisschen spaciger aus. Aber der ist nochmal extra verschlossen. Das heißt, ich lasse den auch erstmal so lange zu. Wir haben aus einer Apothekenbox noch so ein Produkt, was wir auch aktuell tatsächlich verwenden. Das heißt, das lassen wir dann erstmal soweit zu. Wir sind ja oben noch ein bisschen dabei. Ja, sehr, sehr cool. Das war schon das vorletzte Produkt. Und mit Anika, Heilerde, Rostkastanie, organischem Schwefel, Menthol und Kamperöl. Ja, regeneriert und vitalisiert. Ich könnte mir das echt gerade voll gut auf meinem Rücken vorstellen, weil ich hab so Rückenschmerzen. Energieliebe von 2Kick. Baobab. Den hatte ich auch schon mal. Der ist auch lecker. Mh, den gönne ich mir jetzt auch. Gekühlt schmecke ich noch besser. Ja, das muss jetzt aber, ich weiß nicht, das muss jetzt gar nicht. Es ist vegan. Mit Vitaminen ist es wie mit lästigen Verehrern. Lässt man sie lange genug rumstehen, verschwinden sie irgendwann. Darum gibt es unseren Kickstick. Die Wirkstoffe und die Superfruits werden erst beim Mischen aktiviert. Ja, und das ist koffeinhaltig. Das ist okay, wir haben es jetzt 6 Uhr. Ja, komm. Das passt schon. Okay, das ist der Kickstick. Das ist das Getränk. Man mischt es da einfach rein, schüttelt es um. Das ist ja gerade, als würde ich mir gerade hier irgendwie was kochen. Ich sag dir das. Hier ist eine rein. Und dann muss es geschüttelt werden. Tüdelü. Gut schütteln, damit sich die Pulverkristalle auch auflösen. Denn ansonsten hast du es zwischen den Zähnen sitzen. Das ist uncool. Und da wir alle wissen, dass ich das Ding in eins wegziehe, müssen wir zusehen, dass es auch wirklich gut geschüttelt wird. Dass jeder Schluck ein Genuss bleibt. Und Energie kann ich gerade echt gut gebrauchen. So, ihr Lieben, ich hab's geschüttelt. Ich sag mal Prost, ne? Ja, das schmeckt sehr lecker. Das ist Kokosnusswasser Superfruits und Koffein aus Guarana und grünem Tee. Kokosnusswasser schmeckt wohl ganz okay. Ja, hat mir gut geschmeckt. Ich fühle mich jetzt nicht irgendwie ultra wach und könnte jetzt nicht unbedingt jetzt direkt Bäume ausreißen. Aber es schmeckt ganz gut. Ja, ich gucke nochmal rein. Aber das war wohl die Shadebox, ne? Hat mir richtig gut gefallen. Also, ich glaube, ich hab nicht so viel versprochen. Man wird wirklich positiv überrascht von der Box, weil dann doch irgendwelche Sachen drin sind, wo man denkt, okay, wie geil ist das denn, ne? Also, ich als Beauty-Fan freue mich natürlich extrem über die Essensprodukte, ne? Aber auch die Körperbutter. Oh, geil, da freue ich mich schon drauf. Ja, die Getränke und die Essenssachen sowieso immer ein Highlight, ne? Da hat man nämlich beim Unboxing immer noch so ein bisschen einen Nom-Nom-Moment, sage ich mal. Und ja, mir hat die Box richtig gut gefallen mal wieder. Wirklich. Also, Motivation, Inspiration. Ja, Inspiration durch das Buch auf jeden Fall. Motivation durch diesen Zähler auch an dem Springseil. Und ja, mir hat es richtig gut gefallen. Ich denke auch, dass die Produkte echt einen ganz schön großen Wert haben. Also, so 85 Euro. Ich blende es dir hier mal ein. Wäre so mein Tipp. Wenn nicht sogar mehr. Also, es ist eigentlich immer recht hoch. Ich schätze mich da auch immer so gerne. Ja, ansonsten, denk dran, dass du in diesem Video was gewinnen kannst. Und ja, schau dazu in die Infobox. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Meine Herren, das sind schon ganz schön viele. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Wirklich. Tue ich. Jeden Tag. Ich eskaliere nahezu, wenn ich sehe, was da teilweise bei meinen Abo-Zahlen passiert. Also, ihr seid mega danke. Ja, lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.